Grüezi miteinander. Nach dem langen und auch strengen Winter freut man sich jetzt natürlich auf den Frühling und auch auf das neue, grosszügige Frischproduktangebot. Ob schon Sie bei GOB den ganzen Winter durch ein reichhaltiges Gemüseangebot vorfinden, gibt es immer wieder Spezialitäten, die man erst bekommt, wenn es wieder ein wenig wärmer wird. Dazu gehört der feine, zarte Frühlingsspinat. Genauso wie die frische Kresse oder der junge Löwenzahn. Oder die delikaten Spargel, die bestimmt viele schon lange darauf gewartet haben. Neu bei GOB gibt es jetzt wieder knackigen, einheimischen Kopsalat. Den Kopsalat können Sie bedenkenlos geniessen, weil er von Schweizer Produzenten, die GOB seit langem kennen, super und sorgfältig angebaut wird. Selbstverständlich wird der Salat vor dem Schnitt und dann nochmal, bevor er in die Läden verteilt wird, auf Rückstände und Nitrate kontrolliert. Und nur absolut einwandfrei wahr wird dann vom GOB Zentrallabor freigegeben. Damit wichtige Nährstoffe und Vitamine nicht verloren gehen, sollte man den Kopsalat, wie jedes andere Gemüse, nicht im Wasser liegen lassen, sondern kurz und gründlich waschen. Und damit Ihre persönliche Lieblingssoße nicht verwässert wird, den Salat immer gut abtropfen. Am besten geht es mit so einer Salatschleudere, die man überall bei GOB kaufen kann. Salatessen ist gut, Gemüseessen ist gut, aber zum richtig fit werden, muss man sich auch ein bisschen bewegen. Zum Beispiel Sport treiben oder Joggen. Eine kleine, aufbauende Verpflegung vor oder nach dem Training ist das gesunde, ballaststoffreiche Kristallina-Knuspermüseli. Wer schweizt, verliert nicht nur Wasser, sondern auch Mineralsalz. Dumm trinken die Sportler das Richtige, nämlich Rivella. Der Hollywood-Chevengum ist mit Aspartam gesüsst und bleibt darum noch länger frisch im Geschmack. Und wenn man Sport treibt, braucht man eine besonders wirksame Pflegelinie wie Rexona. Sie ist belebend, hautfreundlich und äusserst mild. Auch schon fast etwas mit Sport und erst recht mit Frühlings zu tun, hat das nächste Thema. Es geht hier um den Frühlingsputz. Bei GOB finden Sie die bewährten Markenprodukte, die Ihnen dabei viel Arbeit abnehmen. FLUP, der ideale Allzweckreiniger fürs ganze Haus. Chiffonette, stark und saugfähig, zum Staubwischen, Putzen, Polieren und Abwaschen. Suso Citroen für strahlende Sauberkeit im Bad und in der Küche. Durgol ME, der geruchlose und schonende Schnellentkalker. Die WC-Ente, der praktische Sofortreiniger und ein Kalker, der direkt unter dem Rand wirkt. Oder die einfache, durch Hygiene, das herrlich duftende Vega-WC. Und Ajax Glasreihe mit Ammoniak für, Sie wissen es ja, fensterklar wie unsichtbar. Nach diesem Fitnessprogramm haben wir, glaube ich, alle eine kleine Verschnaufpause verdient. Also bitte, Studioküche. Lasagne, Gala Gastronome, muss man nicht vorkochen. Darum gehen Sie auch weniger Arbeit. Ich habe hier schon eine Sauce Bolognese vorbereitet. Aus Rindfleisch, geschälten Tomaten, Rotwein, Bouillon und verschiedenen Gewürzen. In eine eingefettete Gratinform, lageweise die Lasagne mit der Sauce Bolognese auffüllen. So. Und wichtig ist natürlich nachherten, die Péchamel-Sauce. Ich habe sie schon fertig gemacht, aus Anken, Mehl, Bouillon, Wisswein, Rahm und geriebenem Käse. Und diese kommt jetzt über die Lasagne. So. Und dann 40 Minuten im vorgeheizten Ofen gratinieren. So drehen die Lasagne ein bisschen braun, so können Sie sie mit Alufolie abdecken. Das genaue Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Und morgen, der ganze Tag, im Teletext seit 270. Einen guten. So, das wäre es gewesen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Coop-Mittwoch-Studio. Ich bin sicher, dass Sie Coop-Aktionen, die jetzt gerade kommen, auch noch interessieren. Zum Anfangen, die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es die Kinder-Jeans Textar aus 100% Baumwolle und in verschiedenen Farben. Grösse 104, 116, 18 Franken. Grösse 128, 140, 20 Franken. Und Grösse 152 bis 176 für nur 22 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Delikatesse, Kalbfleisch und Schinkenpasteten. Eine Dose nach Wahl statt 1,45 für nur 1,10. Ein Liter Coop-Mineralwasser statt 50 für 40 Franken. Eisa-Abbezeller 100 Gramm für nur 1,38. Coop-Joghurt Teilentrand in Becher an 500 Gramm. Natur statt 1 Franken nur 70 Franken. Und mit Früchten statt 1,30 für nur 1 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittelprotektor fürs Fahrtfreie statt 14,90 nur 11,90. Ein Beutel-Brüsseler Schickoré für 1,60. Auf Wiedersehen.